hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die ingel birds box von dcv dns hermann weiß und wolfgang h alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album zur box und itunes findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung die ingel birds die drei künstler kommen ja aus sankt imbert im saarland deswegen angelegt die ingel birds ist eine kleine quadratische box komplett in schwarz und hier haben wir auf der oberseite den weißen schriftzug ingel birds auf der rückseite sehen wir was sich darin befindet zwei cd premium edition bird whistle keychain bird bandana sticker und autogramm karte alles klar okay die box ist hier aufzuklappen und dann haben wir einmal die pfeife das bandana das album die autogramm karte und der sticker okay wie immer fangen wir an mit dem album das ganze sieht so aus als wir haben hier drei vögel drei adler ingel birds steht hier und hier lesen wir noch big bad birds also das dürfte dcv dns sein das dürfte hermann weiß sein mit der kappe und das hier mit der klatze wolfgang h hier noch der hinweis über die harten texte explicit content und hier auf der rückseite lesen wir 16 tracks und wir haben hier features von echo fresh und bastard und trip und twisted insane also 22 arme features wenn ich das richtig beurteilen kann also meine lieblings tracks sind oder der ding also ist einfach heftiger double time track und der zweite dem im gedächtnis geblieben ist ist noch all about automatics weil das ist auch so richtig double time massaker okay dann haben wir hier einmal das booklet okay hier haben wir die ganzen song texte abgedruckt also hier steht wirklich pro text geht sie vor den s wolfgang h und hermann weiß also man kann hier wirklich sehr schön nachlesen wer was geräbt hat in den einzelnen texten gefällt mir gut hier abgedruckt hier abgedruckt und hier am ende noch die credits keine fotos keine aufnahmen aber alle texte sind im booklet vorhanden gut wieder zurück und dann haben wir die cd ingle birds big bad birds steht hier in weiß auf schwarzer cd und dann haben wir die cd nr 2 big bad birds in weiß dann haben wir eine autogramm karte dieses relativ dünn also sowie sowie so ein einleger im booklet ingle birds ist die frage wer von den drei herren das jetzt unterschrieben hat aber hier auf jeden fall zu sehen wer man weiß der dominik christoph von der nordsee und wolfgang h rückseite blank schwarz dann haben wir diesen runden sticker den ingle birds sticker gefällt mir gut dann haben wir diese so sieht das ganze aus die frage mit dem fokus so aber jetzt in der birds ist hier zu lesen komplett in schwarz und hier mit einem anhänger einem schlüssel anhänger das heißt ihr könnt das natürlich an euren schlüsseln oder sonst wo anbringen und ich werde jetzt mal ganz kurz schauen was die für einen ton macht ok also so eine reguläre pfeife und dann haben wir noch das bandana so sieht das ganze aus und ihr könnt das in beide richtungen verwenden also wenn wir es jetzt in der mitte zusammen klappen falten wie man es so macht dann könnt ihr einerseits natürlich diese seite verwenden mit dem schnabel oder aber diese mit dem ingle birds schriftzug wir schauen uns gleich noch mal an wie das ganze getragen aussieht und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben hier ingle birds stehen und dann sieht das so aus aber ihr könnt das bandana ja wie gesagt auch umdrehen und das sieht dann folgendermaßen aus und das ist die andere seite also da habt ihr eben diesen diesen schnabel vorne drauf so sieht das dann aus mir gefällt ehrlich gesagt die andere seite besser mit dem schriftzug ingle birds und wie immer fassen wir am ende zusammen was ja nicht in der box befindet einmal dieses bandana eben gezeigt der sticker ingle birds die autogrammkarte das album die zwei cds und diese pfeife diese schlüssel anhänger pfeifen kombination ja das alles in dieser wunderbaren box wenn ihr das ganze feiert wenn ihr die künstler unterstützen möchte links findet in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf